Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Seit ich dich zum ersten Mal sah, ist mein Verstand nicht mehr ganz klar. Uns nur im Ansatz bekannt, dachte ich, wir wären seelenverwandt, du und ich. Ich träumte zu den Wolken genau, die Bauchlandung folgte darauf. Enttäuscht und leicht frustriert, wurde daraufhin eher schlecht kommuniziert. Auch wenn du das vielleicht anders siehst, glaube ich nicht, dass ich diese Spannung bin. Ich kann nur sagen, was in mir vorgeht und hoffen, dass du dies verstehst. Ich möchte wissen, wie er du bist und was eure größte Freude denn ist. Warum meine Gegenwart nicht betrifft und ich das Tanzen so entzückt. Ich weiß, ich sollte mehr riskieren und meine Gefühle zu relativieren. Doch was ich von dich verklebt, empfinde es doch noch gar nicht am Zugehen. Und du weißt, ich weiß nicht viel und ich rede, 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 halte vor mich hin. Aber du, du hast eine tolle Art, schade, dass sie noch bleiben. Zu dein Freund zur Girl, dein Wesen, was dich berührt. Wie wäre Freundschaft mit dir wert? Mag sein, ich bin heute hier und ich hier. Aber wäre Freundschaft nicht dein Ziel. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte wissen, wer du bist. Untertitelung des ZDF, 2020